Nach dem unglücklichen Last-Minute-Unentschieden letzte Woche gegen Mainz 05 konnte sich der VfL Bochum jetzt auswärts im Abstiegskampf bei Darmstadt 98 den ersten Saisonsieg sichern. Dabei hat Bochum-Trainer Thomas Letsch taktisch genau das fortgesetzt, was er letzte Woche gegen Mainz begonnen hatte, und zwar das 3-Box-3-System im Ballbesitz. Letzte Woche, da habe ich ja auch eine Taktikanalyse dazu gemacht, sollte jetzt auch oben verlinkt sein, hat man es so gemacht, dass der linke Außenverteidiger Soaresch ins Mittelfeld invers eingerückt ist auf die Doppelsechs neben Locia und der Rechtsverteidiger Gamboa dann rechts hochgeschoben ist als Flügelspieler quasi. Diese Woche, sehen wir es jetzt hier, hat man es gegen Darmstadt ein bisschen anders gelöst, und zwar gefühlt genauso wie Pep Guardiola zum Ende der letzten Saison hin, und zwar war es Erhan Marschowitsch, der als rechter Innenverteidiger einst nach vorne gerückt ist, wie es eben auch ein John Stones unter Pep Guardiola macht, und der war dann eben auf der Doppelsechs neben Locia, Gamboa ist tief geblieben im Dreieraufbau neben Schlotterbeck und Bernardo, der ebenfalls eingerückt ist, und dann hatte man auf der Doppelzehn eben Stöger und Osterhage, zentral vorne Hofmann und auf den Flügeln Proschinski und Asano. Ihr habt jetzt schon zwei Beispiele gesehen, hier sehen wir es auch nochmal vor dem Tor, war ja jeweils bei beiden Toren nach einem Ballgewinn von Locia, aber auch hier sieht man wieder die Struktur ganz gut, wo dann eben das Tor daraus entsteht. War zwar recht glücklich in dem Fall hier bei dem 1 zu 0, aber man hat auf jeden Fall schon die guten Ansätze gesehen, auch wenn das natürlich noch deutliches Verbesserungspotenzial hat. Und achtet hier mal darauf, wie eng die das Spiel halten, also normal ist man es mit der Formation ja so gewohnt, dass die Flügel recht breit draußen stehen, um den Gegner auseinander zu ziehen, aber Letch macht es tatsächlich komplett anders, er spielt es recht eng, nutzt die Breite nicht, aber in dem Fall hat man ja auch davon profitiert, indem Asano zentral da war und dann eben den Ball am Torwart vorbeilegen konnte und dann das 1 zu 0 erzielt hat. Und auch hier sehen wir das Ganze nochmal recht gut, da war eben Bochum im Ballbesitz und deshalb sind wirklich alle Spieler auf einer Spielfeldhälfte, also wenn man das Spielfeld zumindest vertikal teilen würde. Wir haben auch wieder den 3er Aufbau, das 4er Mittelfeld und vorne die 3, die waren eigentlich relativ frei, konnten da auch gut rotieren. Hofmann natürlich mehr oder weniger als Ankerpunkt, als Zielspieler, aber die anderen drumherum wirklich recht frei in ihrer Rolle und das hat mir eigentlich echt gut gefallen, dass man das da bewusst so eng hält und jetzt nicht zwangsläufig in die Breite zieht, weil so hat man es grundsätzlich recht eng und wenn man jetzt mal weiterdenkt, wenn man den Ball verliert, dann ist man halt auch direkt am Gegner dran, kann sofort gut ins Gegenpressing, hat da keine großen Abstände und da ist ja Bochum vom Kader her ja auch wirklich dafür gemacht, die sind zweikampfstark, da sind sie ja eigentlich sogar besser darin, wie jetzt im Spielerischen mit dem Ball, was halt eben auch ein Punkt ist, warum das Ganze jetzt noch nicht perfekt klappt, weil das vom Spielermaterial her jetzt nicht unbedingt die spielstärksten Spieler sind, dennoch ist es auf jeden Fall ein richtig guter Ansatz und Letsch geht da eben die Entwicklung mit, die es ja gerade generell so im Fußball gibt, dass die spielstärkeren Mannschaften gerade eher am Punkten sind, wie jetzt reine Zerstörermannschaften, sag ich mal, wie Mainz oder Union und dafür ist halt eben beispielsweise ein Stuttgart weit oben mit spielstärken Spielern und vor allem auch einem System und einer Spielweise, wo die das umsetzen können und Bochum kann das so in der Form natürlich nicht, aber dass Letsch in diese Richtung einschlagen will zumindest, ist auf jeden Fall lobenswert und die ersten guten Ansätze hat man auch schon gesehen, wenngleich die Mechanismen noch nicht hundertprozentig greifen und es auch auf lange Sicht noch mehr braucht, wie sie jetzt aktuell zeigen, weil auch in dem Spiel, man profitiert dann natürlich mehr oder weniger vom Platzverweis von Darmstadt, hat dennoch nicht wirklich die Kontrolle über das Spiel, also man hatte gute Ansätze im Ballbesitz, aber man hatte definitiv auch zu wenig Ballbesitz, da hat man natürlich immer noch die Möglichkeit lang zu spielen, macht das meiner Meinung nach auch noch zu oft, aber gut, im Moment ist es auf jeden Fall ein guter Übergang, lieber erstmal kein Risiko gehen und jetzt erfolgreich punkten, so gut mir der Ansatz im Ballbesitz gefällt, muss man gegen den Ball noch so ein bisschen schauen, ich würde es jetzt in dem Spiel mal von vorne nach hinten durchgehen, denn im Pressing hat es mir zunächst gut gefallen, da ist man früh drauf gegangen, wie andere Spielsteigeteams auch, hat Darmstadt echt gut zugestellt mit Mannbezug und die haben eigentlich sich fast nur über lange Bälle hinten rausgespielt, wie in dem Fall eben auch über den Torwart Schuhen, das war das hohe Pressing, jetzt kommen wir ins Mittelfeldpressing und da sehen wir eben, wenn wir mal auf Darmstädter Seite schauen, ich weiß, der Fokus ist jetzt heute eher auf Bochum, weil die auch viel interessantere Sachen gemacht haben, ehrlich gesagt, die haben klassisch in ihrem 3-2-5 gespielt im Ballbesitz, wie man es jetzt hier sieht, während Bochum natürlich vom Personal her eher eine Viererkette auf dem Platz hatte, auch wenn das in der Vergangenheit nicht wirklich erfolgreich war gegen den Ball und das Ganze hat sich dann auch verändert, aber wir schauen auch hier nochmal drauf, gegen den Ball im Mittelfeldpressing ein 4-1-4-1, wie auch in dem Bild davor, im tiefen Verteidigen allerdings war es so, dass man weiterhin diese Viererkette hatte, aber man hat irgendwie zwanghaft versucht, immer doch eine Fünfer- bzw. teilweise sogar Sechserkette herzustellen, in dem ein beliebiger Spieler auf die linke Schienenposition gerückt ist, sage ich mal, dadurch war dann Bernardo der linke Innenverteidiger, wir haben es zum einen hier, Großchance von Darmstadt, Pfostenschuss, da ist es Locia und auch Proschinski auf der linken Abwehrseite, dadurch ist auch ehrlich gesagt das Zentrum recht offen, dadurch, dass man das so breit macht im Verteidigen, Locia fehlt dann zentral und so resultiert dann ja auch die Chance daraus, das hat mir eben, wie gesagt, nicht gefallen, vor allem, dass es halt immer ein anderer Spieler war, der sich dahin fallen lassen hat, in dem Fall ist es tatsächlich der Stürmer Hofmann, dann habe ich ein weiteres Beispiel, hier ist es tatsächlich Kevin Stöger, das finde ich auch sehr kurios, und dann hier beim 1-1-Ausgleich ist es tatsächlich Asano, Stöger steht tatsächlich auch da, da hat man auch wieder mehr oder weniger eine Sechserkette, tatsächlich drei Mann bei Pfeiffer, der aber dennoch das Kopfballduell gewinnt und dann eben nach hinten ablegt auf Nürnberger, der den Ausgleich erzielt, weil da halt auch wieder Männer fehlen, sei es Stöger oder Asano, der da außen ist, ich meine, einer kann ja da raus, der sollte aber eigentlich festgelegt sein, dass es nicht unbedingt immer ein anderer ist, einfach, dass die Abläufe klarer sind und eine Sechserabwehrreihe, wie in dem Fall, finde ich jetzt auch nicht unbedingt ideal, also gegen den Ball im Verteidigen ist es noch nicht optimal gelöst, wie man dann eben mit diesem System agiert, aber ich glaube, da wird man schon noch Lösungen finden können, muss sich alles auch noch einspielen, wie gesagt, wie auch mit dem Ball, und nach der Einwechslung von Losli hat man es später dann auch, wie letzte Woche gespielt, mit ein bisschen mehr defensiver Sicherheit, da war dann eben Bernardo, der linke Schienenspieler, gegen den Ball, ist dann im Ballbesitz invers eingerückt, wie Danilo Soares letzte Woche und war dann eben der linke Sechser im Boxmittelfeld und so hat man den Sieg dann letztendlich nach Hause gebracht, hätte noch die ein oder andere Konder-Situation ein bisschen besser ausspielen können oder müssen, aber gut, am Ende hat man die drei Punkte, die ersten in dieser Saison auf dem Konto, die sind auf jeden Fall enorm wichtig und das soll es auf jeden Fall von mir gewesen sein, was sagt ihr zum Spiel, zu den taktischen Anpassungen von Let's, schreibt es mir gerne in die Kommentare und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!